mit der minecraft wand taschenlampe kannst du sehr viel anstellen es ist ein original minecraft merchandise ein replik aus dem game mit 14 verschiedenen helligkeit stufen es kann natürlich auch an die wand mutiert werden die taschenlampe ist aus stabilem kunststoff und benötigt drei batterien die nicht im lieferumfang enthalten sind mit der taschenlampe kannst du zum beispiel seine freunde in dunklen gegenden oder auf camping touren beeindrucken oder als minecraft fan einfach ins zimmer hängen beziehungsweise stellen die länge der taschenlampe beträgt circa 28 cm die breite 5,7 cm mehr finden sie auf unserer webseite closeup.de